vermutlich es wird eine ein bisschen harte test ich habe natürlich in heißstoffen eingeschaut hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin natalie und heute möchte ich mit euch auch zwei neue regierie produkte testen es geht um marke rival de lube meistens ich habe gehört review zum foundation aber nicht zum concealer deswegen ich wollte heute über diese beiden produkte mit euch meine meinung mitteilen eine foundation der heißt hyaluron der spendet feuchtigkeit kaschiert falten und linien ich habe aus vier ja große farbauswahl aus vier farbnuancen nummer 02 nude genommen und concealer der heißt auch natürlich hyaluron spendet feuchtigkeit kaschiert augenringe und falten im nummer 01 leicht genommen also die beiden produkte sind im glas flaschen und sehen so aus vermutlich es wird eine ein bisschen karte test zu diese beiden produkte erst mal weil ich rotungen auf dem gesicht habe durch meine ersatz und kupyrosen zwar ich bin nicht 20 jährige mädchen deswegen kansealer konnte unter meinen augen im falten sitzen also wie gesagt sehr viele ansprüche habe ich zum diese produkte wie immer ich habe auch mir schaut meine wange sind mir trocknen normal meine teesone mehr juli also glänzt sehr schnell aber könnte mir vorstellen dass obwohl meine teesone öl produziert sollte durch diese hyaluron was wurde hier ja geschrieben meine gesicht nicht so stark öl produziert weil dann haut genug feuchtigkeit bekommt wenn ihr seid nur auf meinem kanal dann ihr könnt ihr natürlich ganz gerne meinen kanal abonnieren es ist absolut kostenlos herzlich willkommen glocke aktivieren damit ihr werdet keine neue video von mir verpassen also das war ein bisschen zu lang okay jetzt auf einer seite ich wurde das mit dem beauty blender auftragen auf die andere seite mit dem pinsel ich habe meine gesicht schon natürlich gepflegt deswegen ich sehe so rot aus weil ich da keine foundation keine filter auf meiner kamera habe also ihr seht alles so wie es ist das einzige ich habe jetzt neue kamera also beziehungsweise neue handy und ich muss noch ihm anstellen kann sein dass meine video ist ein bisschen dunkel aber mache ich nachher mit meinem mann er ist besser mit technik ich habe mir gedacht es wird kurzes video foundation von marke rival de l'oppe hat sehr viele leute gefallen und meistens das war youtuber die haben mehr trockene haut natürlich diese foundation hat alle so begeistert durch auch preis weil kostet nur drei euro 99 kann sie ja kostet 2 99 ich habe natürlich in heißstoffen eingeschaut sind wirklich gut wenigstens das was ich kenne über in heißstoffen es gibt es wirklich hier eine antiseptik und eine hyaluron acid okay hyaluron acid setzt mehr in die mitte das bedeutet davon ist nicht so viel trainer aber trotzdem hier gibt es natürlich glycerin und glycerin sitzt viel höher und das ist das was zieht und hält feuchtigkeit keine alkohol aber gibt es parfum als eine konservierungsstoff ist fenoxetanol fenoxetanol das ist eine moderne ersatz für alkohol alkohol denat früh wurden als konservierungsstoff alkohol alkohol denat benutzt wieso ich sage früh also bis heute sehr viele marken machen das und deswegen bin ich besonders froh dass im dragerie wurden auch foundation jetzt moderne inhaltsstoffen benutzt und jetzt natürlich wir gehen direkt zum produkt erstmal muss man ihm mischen dieses sehr westliche produkt und dann geht mit einer pipette das erinnert mich ein bisschen wie flüssig ist das nach armani erinnert ihr diese zeit dass alle wollen unbedingt armani foundation haben und das war auch flüssig alle waren begeistert aus mir weil meine haut meine mischhaut mit meinen rotungen diese foundation hat überhaupt nicht gepasst also liegt bis heute im schublade wurde nicht weiter benutzt ich wurde ihm natürlich in meine diese telle rein machen übrigens die farbe gefällt mir richtig gut es ist eine beige aber nicht diese rose unterton das freut mich schon sehr ich denke wie kann ich am besten das anfangen ok machen wir so ich wollte das erst mal mit dem pinsel auftragen so ok auf diese seite ja mache ich dann wow die farbe ist richtig cool also das gefällt mir schon richtig foundation enthält parfum und ich merke das aber es ist so angenehm also sieht wirklich gut aus aber ich merke das auch akzeptiert ok erstmal ich wurde das mit dem beautyblender auftragen wow es sieht wirklich sehr natürlich aus sehr also wisst ihr ob ich ob ich nichts aufgetragen habe ich habe gedacht ich wurde heute richtig kritisieren dieses produkt aber ok es ist nur erster schritt ich mache jetzt zweite schicht auf die flasche steht information was wir sollen von diesem foundation erwarten die feuchtigkeitsspende der foundation mit hyaluronsäure kaschiert unreichheiten und verfeint optisch das hautbild die haut wird frischer und strahlender von gebraucht gut schütten ok hier ich wurde auch mit dem sponge verteilen aber schaut ihr die farbe erst mal mit foundation nur an dieser seite es ist riesiger unterschied ich habe gedacht ah der kraft wird sehr schlecht bestimmt und und das wird bestimmt nicht so gut sitzen auf meinem stirn es wird bestimmt poren betonen und stark glänzen ich habe gedacht dass meine haut wird schwimmen einfach in diesem foundation dass mein stirn sieht so fein hier wo ich habe keine foundation aufgetragen die poren sehen so groß aus gegen diese seite wahnsinn echt ich gucke immer im großen spiegel ich sage ganz ehrlich ich habe das wirklich nicht erwartet jetzt kann sie ich wollte auftragen und nur erst mal ja an dieser seite kann sie es viel heller ja als foundation aber ich habe gedacht macht nichts zum not ich würde das menschen kann sie hat auch pipette so sieht wie das praktisch wenn ich das alles auf meine glas halte ja kansele wirklich heller aber na gut jetzt mal tragen wir das auf hier machen und dann wieder mit dem sponge ich wollte das alles verblenden es ist so natürlich aus und schaut ihr man sieht dass keine riesige unterschied mit farbe ich habe so was richtig farbe getroffen gott das sieht so gut aus es ist wirklich verdammt gut sieht aus jetzt ich wollte an dieser seite foundation mit dem pinsel auftragen ich nehme diese duo fibra pinsel von meck er macht auch leichter er drückt leichte produkte auf ja beim auftragen ich merke duft ich denke diese foundation man kann ganz in ruhe als concealer auch benutzen was ich würde jetzt machen zum testen einfach okay mit pinsel funktioniert das auch aber ich merke doch unterschied hier wenn ich mit pinsel wurde auftragen von der schon sitzt in meine poren ich weiß nicht ob ihr könnten das sehen aber wirklich im getrehen an dieser seite sitzt von der schon besser als an dieser seite also ihr habt das schon verstanden unterschied doch gibt's und mit dem schwarm ist viel viel besser funktioniert was ich auch merke dass ich brauche zwei schicht eine wird für mich nicht so ganz reicht ihr seht das rot und gern schaut durch ich wollte das wieder aufbauen ja übrigens so leichte textur ich merke an dieser seite überhaupt nicht dass ich da etwas aufgetragen habe ja mit dem schichten funktioniert auch schon diese ergebnis gefällt mir wirklich sehr gut ich habe wirklich davon nichts erwartet ich habe gedacht es wird rutscht bei mir hin und her na gut es ist egal was ich erwartet habe mir gefällt jetzt resultat ich bin total begeistert koko kannst du ein bisschen weiter gleich leise schnarchen ehrlich gesagt doch mit concealer diese seite gefällt mir mehr sieht irgendwie frische aus also mir gefällt diese flüssige konsistenz so sehr für diese textur ich wurde diese der kraft schätze mittel der kraft also ihr könnten leicht bis richtig gute mittel der kraft bekommen ich habe ein bisschen sorge kanzler hier weiterziehen okay ich kann das natürlich machen wir wollen das alles testen ich vermute dass dann hier wurde meine rotungen diese weiße kanzler noch mehr betonen wirst du also weiße farbe für rote haut nicht so gut geeignet ist es ist ob talg wisst ihr hat in die poren jetzt gesetzt ich sehe kleine weiße punkte in meiner poren also jetzt juckt ich wollte ehrlich gesagt meine make-up jetzt weiter auftragen puder und so weit aber mache ich das hinter der kamera ganz schnell aber bevor ich würde das machen meine fazit zum diese beide produkte also ich bin wirklich sehr begeistert von qualität wie das erstmal sieht auf meiner haut aus das einzige ich würde auf jeden fall empfehlen mit dem sponge auftragen übrigens so sieht kaputt aus weil ich ihm mit öl von balea diese duschgel nicht duschöl für die dusche gewaschen und wurde sehr schnell kaputt gegangen also ich würde euch nicht empfehlen mit öl diese sponge waschen also nach einer woche waschung kaputt ich habe mir schon neu gekauft aber wie gesagt diese öl ruiniert diese sponge gut weiter hier wo ich habe mit der nase juckt also was da los wo ich habe mit dem pinsel aufgetragen mir diese seite gefällt nicht so weiße punkte sitzen jetzt in meiner poren hautbild ist wirklich viel viel schöner geworden selber auf meine ölige t-sonne ich sehe jetzt poren so minimum die sind wirklich optisch so glatt geworden im verhältnis natürlich ja also es ist nicht so dass ich habe jetzt ganz glatte haut bekommen nein hier meine trockene wange komischerweise foundation sitzt doch ein bisschen schlechter als auf meiner mischhaut ölige haut das ist das was euch gesagt habe ölige haut braucht hyaluron braucht feuchtigkeit und dann wird viel schöner aussehen das ist was fehler von viele denken wenn sie ölige haut haben und benutzen hyaluron feuchtigkeitsspendete produkte dann gesicht wird noch mehr glänzen oder mehr ölig nein das ist fehler große fehler ganz gegenteil je weniger feuchtigkeit im haut desto mehr wurde hautöl produziert ich merke doch leicht parfumfarbe ein bisschen oxidiert in dieser orange beige richtung übrigens das stimmt was foundation versprochen hat leichte glow und das ist wirklich ich habe leichte glow bekommen also mein haus sieht gesund aus das ist mein fertiger look ich zeige euch ganz schnell welche lidschattenprodukte habe ich heute benutzt weil ich weiß dass ihr ich bekomme von euch frage also ich habe aus dieser limitierte edition von catrice paar lidschatten benutzt reach up for the sunrise ich habe heute auf dem ganzen beweglichen lid und ein bisschen oben auf meine knochen diese farbe benutzt ja das ist grün mit schema und dann ich habe mit diesem farbton das alles verblendet und ein bisschen an die seite noch dunkel gemacht ja und das gleiche grüne farbe habe ich unten aufgetragen und mit das gleiche diese matte braune farbe das alles verblendet verblendet unter meinen augen braun habe ich auch aus dieser palette highlighter benutzt auch wieder catrice limitiert edition aber wie gesagt er könnte nur das gleiche etwas nehmen also ich habe diese helle farbton benutzt und das gleiche farbton habe ich hier in meine innere winkel lipgloss habe ich von fenty beauty fusel benutzt also das ist wirklich wunderschöne nude lipgloss es ist schon ungefähr zwei stunden vorbei wie ihr seht ich schon anderes angezogen wurde weil ich für euch eine andere video drehe und ja immer noch ich trage diese make up und nach zwei stunden ich wollte euch sagen es noch okay aber mein gesicht schon glänzt ich denke ihr seht schon unterschied ja es schon glänzt aber trotzdem es nicht irgendwo an die stelle abgegangen ist oder deswegen ich wurde jetzt mit ölkontrollpapier also sehr ehrlich geworden gesicht und ja ich würde das akkurat weg machen ich würde nicht nach boden ich würde erstmal schauen wie sieht mein gesicht noch in vielleicht in einer stunde ja aus so jetzt sieht das viel besser aus es ist schon drei stunden vorbei ich beende dieses video leider mit anderem outfit ich wollte einfach für euch kleine update lassen zu dieser produkte was ich heute getestet habe meine foundation sieht und sitzt immer noch sehr sehr gut ich bin wirklich sehr begeistert von dieser natur leichte glow makeup look es hat nicht in falten gerutscht nicht was normalerweise hier an die nase wird rutschen es ist nicht hier auf die nase abgegangen es ist nicht auch hier abgegangen also es sieht immer so gut aus und man sieht noch meine haut durch das ist meine haut aber noch besser und concealer sieht natürlich aus wurde nicht in meine falten gerutscht nicht trockene partie spendet feuchtigkeit wenn ihr könnten mit dieser produkte bloß nicht klar kommen dann schaut ihr welche pflegeprodukte ihr benutzt ich habe zwei verschiedene haut zum testen ja also trockene wange und der sonne ölig das bedeutet dass diese foundation diese concealer würde perfekt passen sollte perfekt passen für ölige haut mischhaut für trockene haut also ich hoffe dass mein video hat euch sehr gut gefallen war hilfreich schreibt mir auf jeden fall eure feedback damit andere können das auch sehen dafür wurde diese kommentar überhaupt gedacht damit ihr könnten zum einen thema eure meinung teilen miteinander information tauschen es ist auch mehr wichtig für euch ich denke ab und zu als für mich okay für mich ist es wichtig ob dieses video für euch gut angekommen ist ob euch das gefallen hat geholfen hat aber für euch ist besonders wichtig wie es bei euch diese foundation sitzt concealer habt ihr probiert welche farbe ich hoffe dass wir sind eine tolle starke community und ja dankeschön dass durch euch mein kanal entwickelt sich weiter dass ihr nicht vergisst mehr da nach oben geben kommentar schreiben und so gerne abonniert mein kanal und eure kommentar ist mega also ich genieße immer eure kommentar dankeschön dass ihr dabei war wir sehen uns ganz bald eure natalie m